Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ja, Elfmeter. Einfach Handelfmeter. Gegen Eitelborn. Hier ist der Video vorbei. Ja, für den 100%igen Weiß. Die Nummer Elf, Messer Niederwert. Kann er Niederwert hier gegen Eitelborn in Führung bringen? Ja, super. Das geht hier super los. Super Auftakt für Niederwert gegen Eitelborn. Feuer, auf! In der Nachspielzeit der ersten Minute, Stücke F9 in Führung. So, soviel der Spielstand hier. 1-0 für den F2 Niederwert. Und der Durchschnitt war unsere Nummer 11, Lina Lovarevic. Siebeln rot. Das klappt. Ja, komm, komm. Ja, super. 2-0. Super. 2-0. Super. Was soll er so sein? 2-0. Alter, wie geil ist das denn hier? 2-0 nach noch nicht mal 4 Minuten. Gegen Eitelborn. Jawoll. Endlich mal was zu jubeln. Ich war ja beim letzten Heimspiel dabei. Da lag man nach kurzer Zeit schon 0-2 hinten. Und jetzt legt man 2-0 vorne. Was? Ja, gute Idee. Ja, gute Idee. Ja, gut gemacht. Und wir alle wieder mal da raus. Ja. 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 So, ich hab' der Rüttemberg zu beher. Die dritte Spielminute. Der im neuen Rand erhöht auf 2-0. Und der Durchschnitt ist aber dieses Mal die Nummer 9, Martel Kaul. Die haben uns bezahlt für den neuen Spielstand. So, bei der neuen Spielstand 2-0. Ja, ja. Ja, ja, ja. Das war's. Abseits. Tor zählt nicht. Abseits. Nicht, dass das Spiel noch zweistellig 10 Null losgeht. Was? Nicht, dass das Spiel hier noch zweistellig 10-0 ausgeht. Hier, 2-0 nach 3 Minuten. Hier kann noch was passieren. Das ist faul, ist das. Muss doch faul sein. Herrje. Was? Was ist das denn jetzt? Ich weiß auch nicht. Er war doch ein Faul. Er war auch nicht da oben. Du warst. Du, du trägst den Tag. Das ist schon ein guter Spieler. Er ist nicht da oben. Der wird auch nicht da oben. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist auch nicht immer gut, wenn die zu heiß sind. Das ist ein guter Blitzstadt. Und wir können es auch machen, wenn das stimmt. Der Elfmeter hat ein paar Zehn nicht auf der Herst. Und der andere, der Rau. Ja, so ruhig. Der Rau spielt noch mit. Der Rau kann normal eigentlich nur mal hinrennen. Aber ein Spieler ist das gar nicht. Der Rau kann eigentlich nur mal hinrennen. Ein Spieler ist das nicht. Ist die Rau dabei? Nein, das ist auch dabei. Der Rau kann auch mehr aufpassen. Ich meine, die geht nicht so auch drauf. So wird sie. Ich seh immer mehr drauf. Nein. Für uns, da wisst ihr ja nicht. Wer ist ja die Sechse? Der Stein. Der Stein, ne? Ja. Ja, ja. Von Jürgen. Ja. Wie gemein? Kukuta ist auch voll mitgegangen. Ja, ja. 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 Ja, gut. Ja, gut. Das sind die erste Spiele. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Na gut. Na gut. Wieso? Na gut? Oh na. Mein Gott. An mir los. Sicher, sicher, sicher. atie, zwei Minuten. Da war noch kein Zettel vor, da war es 20. Der letzte vier Jahre her. Wo war das gerade? Hier komm! Oh nein! Gibt's ja nicht! Wo war das gerade? Da hängt man wieder Heimfahrt durch. Ich sag, wenn es kaut muss, die Sonne, da wo ist alles schlimme. Puck ich nicht! Sof! Gibt's aus? Nö! Gibt's? Gibt's! Gibt's eine schöne gute Lange? Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, das Gepäckball! Super! Ich hoffe, man hat es gesehen. Hat er schon gesehen, wie er die Runde lang zurückgekommen hat. Also stürmt hier jemand auf den Torwart zu und der hält mit den Beinen. Oder sonst irgendwie hält er den. Bei den Mannschaften, aber es hätte er Dinge dürfen nicht verlieren. Ja, erste halbe Möglichkeit für Eitelborn nach dieser Chance, die Zwecke geführt hat. Ja, das ist vielleicht jetzt noch ein bisschen Sessab. Oder ich glaube, man... ... dass die Hände hoch in den Hände haben. Ja, das ist vielleicht jetzt noch ein bisschen Sessab. Ja, das war der Haus gekauft. Ja? Ja, ja. Jetzt wurde er zu dem Vogel. Ja? Ja, ja. Jetzt wurde er zu dem Vogel. Ja, alter Schwede, was ist hier los? Ja, da klaue ich! Ja, da haben wir mich gesehen. Ja, da ist der Prominente... Ja. Jetzt ist hier ein bisschen cool. Bis zum nächsten Mal.